Hallo, mein Name ist Bogdan Pasco. Ich bin akademischer Maler und Grafiker und Dozent in der Kunstakademie Bad Reichenhall. Ich möchte euch hier meine dreiteilige Kursreihe experimenteller Labor für Malerei und Grafik, eben 1 bis 3, vorstellen. Für die Verwirklichung deiner künstlerischen Vorhaben wie Ausstellungsprojekte, neue und begonnene Bilderserien, Porträte und sonstige Aufträge, Mappenvorbereitung und vieles mehr, entsteht hier in der Kunstakademie Bad Reichenhall vom 21. bis 26. März 2022 eine Ideenwerkstatt bzw. ein Experimentierlabor für Malerei und Grafik. Von mir persönlich begleitet und unterstützt durch Austausch und Inspiration unter Gleichgesinnten hast du die Möglichkeit, dich je nach Bedarf eine, zwei oder drei Wochen deinen eigenen Themen und Techniken zu widmen und diesen die passende Form zu verleihen. Von der zündenden Idee bis zur Umsetzung, der Versuch formal und thematisch eine klare künstlerische Position und damit experimentell und spielerisch eine individuelle, unverwechselbare Bildsprache zu entwickeln, spielt hier eine zentrale Rolle. Falls du dich angesprochen fühlst, kannst du dich auf der Webseite der Kunstakademie Bad Reichenhall anmelden. Ich freue mich aufs gemeinsame Werk. Ich freue mich aufs gemeinsame Werk. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, gute Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.